Hi, hier sind Martin und Isa von Beach Inspector. Wir befinden uns am Nummer 1 Hotspot zum Windsurfen und Kitesurfen in Dubai. Dem Kite Beach, wo das Leben blüht und einem der wohl beliebtesten Strände hier in Dubai. Leute, man hat hier so einen richtig geilen Blick auf den Putsch Al Arab, eines der Barzeichen Dubai. Ja, ich sehe schon, man kann hier richtig viele Sachen machen an diesem Strand, aber was genau, das wird mir heute Rabat erzählen. Er kommt nämlich von hier. Hi, nice to meet you. What can you do on this beach? Well, you can do a lot of things in this beach. Because it's full of service. There is a lot of activities for the kids. And a lot of restaurants for falafel, shawarma, like cold drinks for the beach. And there is of course the kayaking. I think it's full packed of beach. Wow. Okay, ja, wie man sieht, man kann hier sehr viel machen, aber was genau, das werden wir uns jetzt ein bisschen angucken. Hier strahlt sich in zwei Bereiche. Einmal natürlich den Kitebereich, wo die ganzen Kitesurfer sind, aber es gibt natürlich hier auch einen ganz normalen Badebereich. Ja, und hier kann man sich Sonnenliegen oder Sonnenschilme ausleiten. Ja, neben Kitesurfen gibt es noch zahlreiche andere Wassersportaktivitäten, wie Jetski oder Stand-up-Paddling. Aber man kann natürlich nicht nur ins Wasser gehen, sondern es gibt hier sehr viele Aktivitäten am Strand selbst. Man kann hier laufen gehen auf einer knieschonenden Laufstrecke. Es gibt hier sehr viele Trainingsgeräte. Man kann Volleyball spielen, man kann Trampolin springen. Es gibt sogar einen Spielplatz für Kinder. Und das absolute Highlight, vor allem für die Kiddies, ist der Kletterpack hinter uns. Ja, nach den vielen Aktivitäten hier am Strand haben wir jetzt richtig Hunger bekommen und jetzt lassen wir das Verbot gehen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017